Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gesundheits-Talk Rummelsberg. Speziell zum Thema Wechselendoprothetik und Lockerungen an Hüfte und Knie haben wir sehr viele Fragen bekommen. Dr. Lenz, Herr Herrmann aus LAUF fragt, wie lang ein Kunstgelenk nach einer Wechseloperation hält. Da muss man sagen, das kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob es die erste Wechseloperation ist oder ob es unter Umständen eine Mehrfachwechseloperation ist. Es ist normalerweise so, dass zum Beispiel das vierte oder fünfte Knie nicht so lange hält wie das erste Wechselknie. Generell muss man jedoch sagen, dass wir erwarten, dass die sogenannten Standzeiten, so nennen wir das, dass die Standzeiten der Erstimplantation langsam näher kommen. Das heißt, wenn man eine Wechseloperation bekommt, darf man durchaus auch auf eine zweistellige Zahl von Jahren hoffen, wo das Gelenk halten wird. Wie kann man vor einer Wechseloperation feststellen, ob im alten Kunstgelenk ein Bakterienbefall vorliegt und warum ist dies überhaupt notwendig, möchte Frau Schlesig aus Schwarzenbruck wissen. Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist nämlich extrem wichtig. Erstens ist es nach unserem Dafürhalten so, dass man dann, wenn eine Wechseloperation fällig ist, immer nachschauen muss, ob ein Bakterienbefall vorliegt oder nicht. Mit immer meinen wir, dass jeder Patient, der zu uns kommt und eine Wechseloperation ansteht, auf diese Tatsache untersucht wird. Das ist die Voraussetzung. Jeder Wechsel wird vorher abgeklärt. Machen tut man das folgendermaßen. Der Patient wird einbestellt mehrere Wochen vor der Operation und wir führen dort eine sogenannte Punktion durch. Das heißt, dass wir im Operationssaal unter absolut hochsterilen Bedingungen, wie bei einer richtigen Operation, eine sogenannte Punktion vornehmen. Das bedeutet, dass man mit einer ganz dünnen Nadel, eventuell Röntgen durchleuchtungskontrolliert, in das Gelenk vorgeht und dort Gelenkflüssigkeit abnimmt. Diese Gelenkflüssigkeit wird danach untersucht. Es wird untersucht, ob Bakterien vorhanden sind und es werden einige andere Parameter in der Gelenkflüssigkeit untersucht, die auf eine Infektsituation, also auf einen Bakterienbefall hinweisen. Diese Untersuchung nach der Operation dauert aber drei Wochen, sodass zwischen der Punktion und der eigentlichen Operation ein Intervall von mindestens drei Wochen liegen muss. Die nächste Frage kommt aus Rot. Frau Hannelore Weiß möchte wissen, was raten Sie in Sachen Vorsorge, damit man einen Bakterienbefall nicht erleidet? Man sollte den Körper schützen, das Kunstgelenk schützen, dann, wenn irgendwo anders im Körper eine Infektion vorhanden ist, wenn Bakterien sind. Diese Bakterien geraten nämlich so gut wie immer in die Blutbahn und können sich dann in sogenannten Schwachstellen festsetzen. Eine Schwachstelle sind künstliche Körper, wie zum Beispiel beim Kunstgelenk, dort können sich die Bakterien absiedeln und sich vermehren. Deswegen sollte man, wie gesagt, immer dann, wenn man eine Infektion im Körper hat, mit einem Antibiotikum vorbeugen. Das ist sehr wichtig. Warum kann ein Austausch eines Kunstgelenks nicht minimalinvasiv erfolgen, möchte Frau Schmidt aus Burg-Tann wissen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass wir grundsätzlich bei der Revision größere Implantate verwenden und mehr Überblick brauchen und deswegen die Wunden weiter und größer gestalten müssen. Zum anderen sind auch die Voraussetzungen im Gelenk andere als beim Ersteingriff. Beim Ersteingriff behandelt man ein Gewebe, was noch nicht voroperiert ist. Das heißt, die Strukturen sind alle relativ elastisch und gut zugänglich. Wenn bereits ein Eingriff oder auch mehrere Eingriffe stattgefunden haben, dann ist das Gewebe rund ums Gelenk relativ stark vernarbt. Und deswegen muss man, um durch diese Vernarbungen durchzugelangen, etwas größer exponieren. Das heißt, wir müssen die Schnitte etwas größer machen. Frau Maurer aus Spalt hat schon zwei Hüftgelenke, künstliche, und möchte wissen, ob Sie in einer Operation auch beide austauschen würden. Das ist generell nicht unmöglich. In gewissen ausgewählten Fällen ist das möglich. Wir haben das hier auch schon entsprechend gemacht. Dazu müssen aber Voraussetzungen gegeben sein. Der Revisions-, der Wechseleingriff muss in einem gewissen Rahmen ablaufen. Und der Patient muss aufgrund seines Allgemeinzustandes, da gehören Vorerkrankungen dazu, da gehören auch sonstige Voroperationen eventuell dazu, muss vom Gesamtbild her dazu geeignet sein. Aber generell ist das in manchen Fällen sicherlich möglich. Und wir haben das auch schon praktiziert, dass wir Revisionen beidseits durchgeführt haben oder Revisionen gleichzeitig an Hüfte und Knie. Die nächste Frage kommt aus Würzburg. Frau Trautmann hat eine Metallallergie und möchte wissen, wie Sie hier für Sie eine passende Lösung finden. Bei den Metallallergien handelt es sich meistens um Allergien gegen Kobalt oder Nickel oder Chrom. Diese Werkstoffe sind in manchen Metalllegierungen, die man in der Endoprothetik verwendet. Generell muss man sagen, dass man im Hüftbereich ohnehin meistens Titanimplantate verwendet, sodass das dann nicht relevant wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass vor allem im Kniebereich häufig die zweite Metalllegierung verwendet wird, die in der Endoprothetik üblich ist. Das ist die sogenannte Kobaltbasislegierung. Dort ist sowohl Kobalt als auch Chrom als auch Nickel drin. Und diese drei Metalle sind vor allem sehr häufig bei Allergikern. Und deswegen muss man oder sollte man irgendwie dagegen vorgehen. Wir können nämlich sämtliche Implantate, die wir verwenden, auch in titanisierter Form verwenden. Das bedeutet, dass ein Implantat aus einer konventionellen Stahl- bzw. Metalllegierung grundsätzlich mit einem Titanüberzug versehen werden kann und damit praktisch, wenn man so sagen will, allergiesicher ist. Ja, und noch eine Frage aus dem Allgäu, genauer gesagt aus Kempten. Herr Rosner möchte wissen, wie er denn den richtigen Operateur findet für einen Revisionseingriff. Die ersten Anlaufstationen sind natürlicherweise die Hausärzte und die entsprechenden Fachärzte, also Orthopäen und Chirurgen. Man kann sich jedoch auch selber informieren. Und zwar gibt es da in den Medien, im Internet durchaus Möglichkeiten, wo man nachsehen kann. Ich verweise diesbezüglich auf die weiße Liste der AOK, wo man unter anderem auch sehr gut einsehen kann, wie viele Implantationen pro Jahr von der entsprechenden Klinik durchgeführt werden. Und wir sind uns in der Chirurgie alle einig, dass eine gewisse Mindestzahl von Operationen durchgeführt werden sollte, damit eine gewisse Sicherheit für den Patienten abgegeben werden kann. Ich möchte damit sagen, wenn in einer Abteilung nur 10 oder 20 Revisionen pro Jahr gemacht werden, ist das sicherlich etwas, was man diskutieren kann. Wenn in einer Abteilung mehrere hundert Revisionen pro Jahr durchgeführt werden, dann herrscht dort verständlicherweise eine größere Sicherheit. Und das kann man durchaus im Internet, in solchen Medien wie zum Beispiel bei den Krankenkassen nachsehen. Eine dritte Möglichkeit, die man auch ausnutzen kann, die sehr viele Patienten ausnutzen. Man kann direkt bei seiner Krankenkasse anrufen. Die Krankenkassen wissen für jede spezielle Erkrankung die entsprechenden Spezialisten und können einem die nennen. In diesem Fall wird es so sein, dass die Krankenkasse wahrscheinlich drei, vier, fünf Kliniken nennt, die in zumutbarer Nähe sind und wo entsprechend viele Operationen durchgeführt werden. Und das wissen ja die Krankenkassen sehr genau. Besten Dank für Ihre Antworten, Dr. Lenz. Sie möchten unseren Experten auch eine Frage stellen? Schreiben Sie uns einfach eine Mail an gesundheitstalk-at-sana.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Bleiben oder werden Sie gesund! Das sind die Frage der Kreuzer des Klausen des Klausen des Klausens 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 mit Klausens des 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 Klausens des